So, okay, wer wird's? Oh. Ihr Heuter, ihr Heuter 2-2-1, zack, Level 150 Charakter, blutiger Jason, okay, er hat die Machete, ne Quatsch. Naja, er ist 150, das sind ja die 2, also, ich bin der Pausbäckige, und du bist, ähm, ganz rechts im Osten, Südost, aha. Ich bin der dicke Lockenkopf und ich bin beim Camp Hillbrook Auto und hab hier schon einen Tank gefunden. Wo ist Camp Hillbrook Auto? Ist in der Mitte? In der Mitte. Ich würde das Ding gleich mal einbauen. Ja, auf jeden Fall. Boah, der Dicke kann das ja auch ganz gut. Das weiß ich nicht, weil wenn du das sagst... Der Lockenkopf kann das gut, also so mittelgut, so ein bisschen über mittelgut. Okay. So, wo du sagst, gut, aber nicht so, wow, mehr so, oh, oh. So wie Fox. Das weiß ich nicht. Oder so wie der Pausbäckiger. Äh, 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 also vier Dinger musste ich machen. Gibt ja noch welche, da musst du nur drei machen und zwei. Du hättest bestimmt auch nur drei machen müssen, wenn du nochmal... Ja, nochmal losgelassen. Na, das kann sein. So, ich renne jetzt zum... Ah, ich hab Batterie. Na gut, da fährt ja nur noch der Schlüssel. Warte, ich komme gleich. Ich bin beim Scheißhaus. Ach so, ich dachte du bist hier. Ne, ne, ich bin wieder weggerannt. Beim Auto. Und hab die Fuse gefunden. Hä? Er ist hier. Ich weiß nicht genau wo, aber beim Auto auf jeden Fall da. Ich hoffe, da ist alles abgeschlossen. Nope. Ich war nur in einem Haus. Das, äh, Haus daneben, da war ich nicht. Oh, es schlägt da ein auf der einen Seite. Vielleicht im Süden. Soll ich die Batterie hinschmeißen? Ja, schmeiß hin und hau ab. Weil er wird mich sonst eh kriegen. Ja, ja. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass die Waffe der Ausschlaggebende... Ausschlaggebende Grund ist für die Stärke des Jasons und nicht der Jason selber. Das heißt, der Dreier ist ja eigentlich relativ schwach, aber jetzt hat er den Schweinespalter. Das heißt, der ist dadurch stark. Ja. Was eigentlich ziemlich unfair ist, weil... Hä? Aber... Welchen Charakter hat der? Den Dreier. Der ist doch eh mal stark. Nö. Achso, welcher ist der Dreier? Keine Ahnung, du mit einem Dreier immer. Der eins nach dem Sackmann. Ich hab ein Messer. Also wenn du irgendwo weißt, wo die Fuse hinkommen. Nein. Ich bin auch mitten im Nirgendwo und weiß nicht wo irgendwas ist, weil ich keine Map habe. Mappulus. Ich bin jetzt glaube ich relativ... Ich bin unterhalb des Klohauses. Da bin ich auch. Ja, bin bei dir. Hallo. Das hier... Das hier bleibt drin, bleibt drin, bleibt drin. Ich hör nichts. Er war hier. Ich hab grad meine Gesicht gehabt. Du hast die Sicht gehabt. Ist da eine Map? Ist da eine Map? Ja, das ist gekrisselt. Ne. Ähm. Die Map war glaube ich zwei Häuser weiter oder sowas. Oder... Im Klohäuschen. Das kann auch sein. So, wo kann denn die Fuse denn hinkommen? Hast du denn... Ja, du hast keine Map. Ähm. Gut, dass wir uns gerade bei der Map unterhalten. Naja, wo war die Fuse jetzt? Im Klohaus. Dann wird's im Westen hinkommen. Ich geh grad raus. Kommst du mit? Ja, ich hole mir jetzt aber erstmal irgendwo eine Map. Ja, die waren hier irgendwo. Irgendwo lag was rum. Oh, die humpelt schon. Schön. Oh, guck mal hier. Sie bleibt bei uns. So muss es sein. Hier ist nix. Du hast sie auch geheilt. Natürlich. Du musst das zusammenhalten. So ist es auch. So ist es auch. Das ist ja auch ein Teamspiel. Eigentlich schon. Ist so. Weil eigentlich alle zusammen entkommen. Ja, hier war ich drin. Ich glaub, hier hab ich irgendwo eine Map gesehen. Oh, hier. Da. Heilung. Aber hier war irgendwo noch eine Map. Mann, ey. Ne. Ne. Ah, dann halt doch mal im Klohaus. Lass uns doch jetzt einfach mal in den Westen gehen. Ich mein, der wird doch immer stärker. Ja, machen wir doch auch. Wir sind ja auf dem Weg in den Westen, oder? Ja, aber so mega lahm. Er hat schon vier getötet. Ja, dann geh doch mal vor. Er hat schon vier getötet. Na ja, vorgehen. Na toll. Was soll ich denn alleine machen gegen ihn? Was wollen wir denn überhaupt in den Westen? Ja, ich hoffe, dass da die Fuse hinkommen. Achso. Da ist die Map. Da war sie, ne. Wo hast du sie gefunden? Wo hast du sie gefunden? Im Klohaus. Das glaub ich nicht. Stimmt nicht. Doch, da hab ich sie gefunden. Na gut. Ich werd doch wohl noch wissen, wo ich das Ding gefunden hab. So, also hier drüben kommst du auch nicht hin. Warte, ich geh immer noch auf die andere. Gehalten fest, hier drüben kommst du auch nicht hin. Nee, oder? Nö. Kommt hier nicht hin, könnt ihr wieder umdrehen. Dann gehen wir mal hoch. Ja, der muss im Nordosten, oder? Dann hab ich eigentlich alles abgeholt. Hier drüben ist noch ein Highspray. Ja, dann wahrscheinlich irgendwo bei den... Braucht ihr ein Highspray und eine Schrotflinte, das ist hier noch alles. Nee. Das wird ja dann beim Auto irgendwo hinkommen, oder? Oder bei einem Paddelhaus. Okay. Dann guck ich mal beim Paddelhaus. Ja, da rennen wir grad schon hin. Ja, da guck ich nochmal hier im Nordwesten. So ne Kacke, ey. Schon wieder viel zu lang unterwegs. Mit der blöden Fuse. Zu sehr... Oh, er ist oberhalb des Autos. In der Mitte. Oh, er hat sich grad hingeschifftet. Geschissen. Seid ihr jetzt hier beim Paddelhaus, oder was? Ja. Da bin ich jetzt auch. Da ist nix. Hier ist ein Autoschlüssel. Hast du einen? Nö. Ich will ihn eigentlich auch nicht haben. Wir machen es doch eh nicht, oder? Doch. Zwei Sitze ist fertig. Echt? Ja. Wo ist der? Oh, was? Wo ist der? Ja. Das mittlere. Hier ist noch ein Highspray. Was ist er denn? Das mittlere. Also da, wo wir grad hinlaufen. Ja. Ich hab keine Waffe mehr. Ich muss da oben ins Haus. Oh, er hat hier ne Falle hingemacht. Ja, ja. Ich lad's mal rein. Wir sind auch die Letzten. Hätte ich nicht gemacht. Oh, er hat nichts. Ich hab nichts mehr. Ja. Ist alles egal. Oh, ich hab's dir weggenommen, die Waffe. Hau ab. Das war ja toll von dir. Ja, ja. Weiß. Ja, ja. Ich kann nicht mehr rennen. Hol dir ne Waffe. Da links. Links. Ja. Ja. Das, wo ich mich treffe mit. Trotzdem hauen einfach eine rein. Er hat alles sonst. Ja. Daneben. Okay. Nein. Ich hab nicht gedacht, dass er vorbei läuft, ehrlich gesagt. Ich hab nicht gedacht, dass er vorbeiläuft, ehrlich gesagt. Ich hab einen reingehauen. So, nächste. Das große Haus da oben links. Oh, ich hab keine Ahnung. Ich lauf hier runter gerade. Links, 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 links. Camp Hillbrook und Osten. Schaff ich wahrscheinlich nicht von der Ausdauer. Ja, auch nicht. Seh dich. Spring rein. Okay. Komm auch. Meine Güte. Gerade tot hier. Ja. Der hat... Alter. Guck mal hier rein. Da noch irgendwas ist. Brauchst du ein Highspray? Ja. Seid drin eins. Nee, ich hab dir eins hingelegt. Okay. Hast du's? Ja. Lass uns nochmal ganz schnell gucken, ob hier noch was ist. Wahnsinn. Hier ist noch ein Basie. Ich hab einen. Hier kommt die Fuse hin. Okay. Wo? Aber er ist hier. Egal. Guck mal da. Hier. Versuch's schnell zu machen. Der wird vielleicht keine Dinger hingelegt haben. Noch eine Falle ist da. Okay. Bin reingelatscht. Könnte mein Ende sein. Oh Gott. Hast du ein Messer? Nee. Komm wieder rein. Links. Komm wieder rein. Nein. Ist... Eingebaut. Aber er ist doch da. Er ist rein. Los komm, telefonier, telefonier, telefonier. Mach ich doch. Hälfte. Aber wenn er mich gleich schnappt... Nein, nee. Ich hab mal einen reingelatscht. Scheiße. Nein, es hat nicht geklappt. Eine Sekunde oder so zu wenig. Ah, er hat extra gewartet. Er hat nicht den Kill gemacht. Ist er da bei dir? Oh, wie hat er das Gehirn gekriegt? Ich bin tot. Oh Gott. Nur weil ich die Scheiß Tür noch zumachen wollte. Er ist einfach so gut, ey. Oh, du musst mir sagen, wie lange die Kill-Animation dauert. Sonst hätte ich jetzt die Fuse noch eingebaut. Naja, der hat mich nur in der Tür eingeklemmt. Also nicht lang. Naja, aber... Ich hätte es geschafft. Ich dachte, er ist gerade neben mir. Du bist der Letzte. Du kannst dich noch in den Mitte gegangen. Nimm mal da die Halsbörse. Achtung. Oh. Oh, du Trottel. Du fettes Schwein. Meine Fress. Auch du rennst, wenn man ein fettes Schwein. Achtung, er kommt hinter dir. Oh. Oh. Oh, du Trottel. Ja. Ah. Warum? Du bist direkt an ihm vorbeigelaufen. Hä? Ich dachte, er hat sich geschifftet. Nimm. Ich glaube, er hat nur Stalkan gemacht. Ja. Ich habe... Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall das Gechrissel gesehen. Deswegen bin ich panisch umgedreht. Ja, dann hat er Stalkan gemacht, weil er ist ganz normal hinter dir gelaufen. Ah. Er war gut. Dieser Sack, er war richtig gut. Er war richtig gut, aber ich muss sagen, er hatte auch verdammt viel Glück, dass ich mit der Fuse einmal mit der Kirche ums Dorf gelaufen bin. Mit der Fuse ums Dorf gelaufen bin. Ja. Es war wirklich eines der letzten Gebäude. Und wir hatten gar keine Chance mehr, das Ding noch einzubauen. Aber trotzdem. War echt spannend. Und ich habe... Fand ich auch. Er hat dich gekriegt. Und dann wollte ich die Fuse schnell einbauen, weil manchmal kriegen die es ja dann nicht mit. Ja. Und dann habe ich aber so dieses Türklappern gehört. Dieses... Und dann dachte ich, er verfolgt mich, aber er hat deinen Schädel gerade zerdrückt. Ja, hat er gemacht. Pfff.